So, willkommen zurück zu einer großen Herausforderung. Er hat nämlich ein System eingebaut, ein bestimmtes System um ihn zu besiegen. Ich nenne diesen Boss Mr. Zeitdruck, werdet ihr nachher sehen warum ich ihn so nenne. Aber ich kann nichts mehr von neu anfangen. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Außer der dritte sind das nicht. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen, das wird der dritte sind. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Sieben Meter zu fahren müssen, mein Kraft. Jetzt fährt er den Zeitdruck auf. Das heißt, wir sind verloren. Alter, braviert jetzt die Kamera rein. Ich bin fertig. Alter, war hin da verrückt, ey. Aber das können wir noch verricken. Es ist der Besuch von der Vorlesung 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 Das war ja richtig krass, ey. Ich hab's schon abgerechnet. 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 Ich hab's schon abgerechnet.